Gut, dann haben wir wieder jemanden gefunden. Wir sind hier in Halle 9. Was zeichnet Halle 9 vor allem aus? Die Lautstärke. Katastrophe. Und wie lange bist du jetzt schon hier? Schon die ganze Zeit auch unterwegs? Seit Donnerstag. Das heißt, du hörst noch was oder so? Ja, ich höre noch ein bisschen, aber es läuft mir schon abends da hinterher. Voll schrecklich. Also wirklich, dieses Jahr ist Katastrophe. Du schreist wahrscheinlich dann zu Hause auch schon alle an, die du kennst. Nee, zum Glück ist keiner zu Hause. Ich gehe direkt schlafen. Und wie sieht es mit den Füßen aus? Ist ja auch immer so ein Problem für Osthessen. Bitte nicht das fragen, weil das ist das Schlimmste für uns wirklich. Also die Füße tun einem so weh, dass du echt nachher nur noch die Füße hochlegen kannst und dann irgendwie mal eine Massage machen lässt. Ja, kriegst du denn wenigstens eine Massage? Nein, leider nicht. Die machen das hier nicht? Ja, das... Nein. Ja, habt ihr eine Gewerkschaft, wollt ihr da mal protestieren gehen oder so? Nur die Mitarbeiter bekommen das. Ja, okay. Wie gesagt, Osthessen-Gewerkschaft gründen und mal protestieren gegen sowas. Ja, sollten wir mal machen. Das sind Osthessen unwürdige Bedingungen hier. Genau, richtig. Irgendwas hast du das Spiel mal ausprobieren können? Hattest du Zeit, Tara? Nein, gar nicht. Wie denn auch? Ich arbeite elf Stunden hier und bin echt nur hier am Ostheim. Bam, 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 bam. Interessiert es dich denn auch so das Spiel? Ob mich das interessiert? Ja. Wenn ich ehrlich bin, nein. Gar nicht so deine Welt? Nein, weil ich kenne welche Leute, die spielen das und die gehen so in die Unrealität rein. Ja. Und da fange ich das erst gar nicht an. Ist so ein spezielleres Publikum hier auf der Gamescom? Ja, genau. Richtig. Und irgendwas besonders tolles, was dir passiert ist oder was, was du gar nicht so machtest? Ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht dazu viel sagen, weil ich bekomme von der Messe dieses Jahr gar nichts mit, weil ich stehe wirklich immer nur hier. Und das Geilste aber, was wir haben, sind da hinten die Tänzerinnen und das ist natürlich ein Highlight noch. Achso, ja. Haben wir auch schon gesehen. Genau. Was du mit denen? Also sind die auch mal für ein Interview frei irgendwann, dass wir die mal erwischen? Also frei haben die schon mal, weil es sind vier Stück. Da müsst ihr halt dann einfach mal gucken, bestimmt. Okay. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier. Vielen Dank für das tolle Interview und ich wünsche gute Besserung schon mal für die Füße. Ja, dankeschön. Wir haben hier nur noch einen Tag, dann geht das schon. Ja. Tschüss, danke. Tschüss. Ja. Tschüss.